So Freunde, wir haben jetzt hier kurz vor 3, es ist schon Freitag, ich bin da erst vor einer Stunde aufgestanden oder so. Ich hab gerade meine Sachen gepackt, da hinten stehen die schon, ich mach mir jetzt eben kurz was zu essen. Oh, ich will am besten pennen, Alter. Ferien sind immer was Gutes, kann man so richtig lange pennen, wie man Bock hat. Boah, ist was hell, du Mistgeburt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Zug. So Leute, wir sind gerade hier auf der Messe, am Backstage-Bereich, Digga, wer bist du? Alles klar, kennen wir nicht. Sollen wir gerade noch die Jessi, den Homburg, Tana. Alles klar, das können wir nicht. Was sind die Jungs? Ja, korrekt. So, wir chillen gerade ein bisschen, wir warten auf die anderen Leute, mal gucken, wir sind eigentlich schon am Tag. Wir sind jetzt noch andere Randoms, die kennt man eigentlich nicht, aber scheiße auch. Abonnenten und immer überschauen. Aber was geht, Leute? Ich bin am Backamend, Alter. Digga, er macht einfach jedes Mal die gleiche, wie nennt man das? Weiß nicht. Intro so, Outro. Er macht dann wie jedes Mal die gleiche Outro, aber hat keiner noch was er labert. Hier haben wir richtig heftig. Digga, die Dinger sind voll geil, ich hab Angst. Ich kann irgendwie nicht so schnell fahren, was ich. So Leute, die geilste Erfindung einfach, wenn ich es nur noch könnte, Alter. Ich fahre 100 pro hin, Alter. Ey Jungs, ich fahre gleich hin, ich schwöre es euch. Was geht ab, Jungs? Was geht, Jungs, alles klar bei euch? Leute, kennt ihr das, wenn ich keinen Nacken nicht reinkomme? Oh shit, Digga, du Nacken, wer ist hier deutsch? Niemand von euch, Alter. Es geht, Jungs, wir haben korrekte Typen am Start. Alles klappt. Mach mal das Fest-Effekt, mach mal die. Ich kann manchmal mit der Hand fahren. Ey, ich schwöre es dir, das Ding ist einfach mal die geilste Erfindung. Ich bin ein richtiger Profi drin geworden. Digga, oh! Hä? Ich schluss. Nein, das gehört Krapi. Was geht ab? Oh Mann! Ich bin gerade hier, abgered am Start. Ey, ich schwöre es. Ich bin MrGamerPros, ich bin MrGamerPros. Du bist ein Lapp? Oh! Uh! Puh! Puh! Wer ist echt davon aus? Alles klar? Flick ist bei dir. Ja, ich habe bei dir ein Foto. Kann ich ein Foto machen, sie haben? Ja, kann ich ein Foto machen? Ja, ich kann doch mal ein Foto machen. Lass dich abonnieren, Alter. Hey, Lacky! Ja, das ist toll! So Leute, wir sind gerade hier im Aufzug mit irgendwelchen Randoms. Jo. Kann ja nicht Randoms. Das ist Random. Das ist Random, ey. Oh geil. Wer keine Brust hat, muss raus. Wir gehen jetzt einfach ein paar Leute verarschen. Wir denken, ey, ich bin Fave, ich hab ne Kamera. Ich bin Fave, ich hab ne Kamera. Alle gucken. Ich bin Fave, ich hab ne Kamera. So, Marcel, was geht? Wir sind da draußen, ne? Digga, warum ist das so ein schules Licht? Ja, ja. Ich muss schneller ranhalten. Button-Optik. Ist aber gut, was los ist. So, wir werden gerade im Echten, Digga. John John Matthew aka Babyboy, Leute. Sollt ihr mal machen, ne? Sollt ihr mal machen, Leute, oder? Sollt ihr mal machen, ne? Easy. Ich hab richtig Hummer, Digga. Ich hab richtig Hummer. Ey. Ich hab verdammt noch mal Hummer, wie der Junge fängt damit zu filmen. Ich krieg Agression, Mann. Abonnier meinen Kanal. Was geht ab, Leute? Schönen Grüß an euch. Ich hab mir gerade ein Schmiertchen da geklärt. Bist du die Veranstalterin? Warte, ich will sie mal fragen. Die einzige Veranstalterin. Leute, eine Frage. Eine ganz erste Frage. Ist schon richtig, komm. Ist schon richtig? Wie sagst du das? Sehen wir nicht süß aus, wir beide? Ich hab sie gesehen und meine Augen haben gefunden. Die verraten das nicht. Das ist schon alles geheim. Oh, das klingt gut. Leute, ich muss noch was sagen. Ohne Witz. Der kaputteste, den ich jemals gesehen hab, ist einfach der Typ hier. Jungs, ich hab nicht mal geschlafen, Alter. Weißt du, er ist einfach so richtig kaputt. Wie viel hast du gepennt? Null Stunden. Null. Ey, Red. Was geht morfuckers? Mr. Moneyprosz. Mr. Moneyprosz. Mr. Moneyprosz. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ey, Mr. Moneyprosz, wir sind auch noch gold. Was? Wir sind auch noch gold. Ey, weißt du, das sind die Kinder, die euch dann abziehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, puste mal ein bisschen. Ach so, ja. Servus. Ich mach ihn nach. Pass auf, hinter dir. Ja, hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Halt mal deinen Hand zu. Nee, so. Einfach so. Nee, andersrum, Richtung Kamera. Ach so. Das ist doch nur mit dem Wort rum. Stell dich mal vor. Stell dich mal vor, Digga. Kennt man nicht noch. 2012. Warte ein altes Haus. Warte, Luca Henni, ne? Ja, geil. Geil. Das muss unbedingt online. So, Digga. Erzähl mal, wie ist dein Kanal? Machst du so? Mein Kanal? Alles klar, danke. So, ich bin chillig an hier. Eigentlich richtig Broke, man. Das ist der... Erzähl mal, wie bist du los? Voll der Süße. Der Besten der Süße. Und, äh... Es geht ab. Stell dich mal vor, ihr braucht ein paar Apos. Okay, meine Freunde. Ich bin Apo R.E.D. Digga. Quasi das Vorbild von hier, dem Kollegen hier. Der hat die Kamera in den Hotels. Ich weiß gar nicht, wen er meint, Mann. Weißt du, was das Ding ist? Ich bin quasi dein Grand. Wisst ihr, was das Ding ist? Hör zu. Hör zu. Luke. Ich bin... Ich bin dein Vater. Wisst ihr, was das Ding ist? Ich bin breiter als... So, Leute. Ich bin richtig kaputt, Alter. Wir haben jetzt gerade vier Uhr morgens. Mittlerweile Sonntag. Wir haben jetzt gerade mies Shisha-Bar. Ich bin richtig kaputt. Ich hab locker zwei, drei Stunden gepennt. Ich geh jetzt auf jeden Fall pennen. Morgen gehst du dann direkt los. Das Ding ist. Mein Zug kommt irgendwie. Ich fahr mit dem Zug zurück. Vier Uhr. Ich muss aus dem Hotel um zwölf Uhr aussteigen. Äh... Auschecken. Soll ich ihn drei Stunden machen? Dann hat er mir ihn runterholen. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen, Leute. Und gute Nacht.